Was geht ab YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute The Division Survival DLC zusammen mit dem Hitcher. Hallo Leute. Ich bin jetzt einfach mal rausgegangen, ich hoffe das war richtig. Ähm, raus. Ich hab mal nen Shelter markiert, hier sieht man nämlich wieder Shelter. Ja. Eingucken. Ach du bist da oben rausgegangen, ok. Ja, raus. Achso, ich dachte du wärst jetzt ganz woanders. Den haben wir glaube ich schon leergeräumt eben. Ähm. Warum? Da kam nämlich von links. Was? Wir bauen auf jeden Fall am Anfang, braucht Moturs und... Oh, warte. Ich hör's schon. Oh, warte. Warte. Wie schön das brennt. Obertemperaturabfall entdeckt. Gefahr der Hypothelmie gestiegen. Da oben sind Tools, nimm die Tools mal da. Ja, hier links sind auch Tools. Ja, dann nehm ich, nimm du die. Ja. Oh, ich hab Werkzeuge. Oh, drei blaue. Oh, drei blaue. Ich hab zwei blaue Werkzeuge. Ja, dann haben wir die Werkzeuge schon mal zusammen. Jetzt brauchen wir noch jeder zwei blaue Dinger. Genau. Ach, zwei Stoff, genau. Ja. Echt? Dann haben wir schon nen Filter und können in die Dark Zone? Nice. Ja, dann können wir schon losgehen. Da ist ein Schnelldark so. Aber wir sollten da noch nicht. Gehen wir weiter in die... im Landmark da oben. Ja. Kommen wir hier nicht rum? Oh, doch ein. Hast du das? Oh fuck Ja. Ich bregge. Ach, hier ist auch ne Kiste. Die hast du passiert? Oh. Oh, das hat schon geklingelt. Was war das? Ja, das war ne Lidaba. Ja, nice. ja genau drück mal v wieviel minuten hast du noch so auch scheiße 49 ich bin bei 20 hinter uns wo schon wieder eine gegner gibt er gerade eine granat auf mich einer ist da und der andere ist auch da und was das sind ja noch voll viele du stirbst heute nicht stehe auch mein sohn ja da sind noch voll viele dann habe ich ja alles auch da stimmt ja nicht da ist das blaues nahrungskonserve so eben hier was schauen den zerlegen wir werden wir erfrieren hat muss man schnell versuchen dass wir uns hier hier hinten ist ein laden komm mal rein oh nice vorsichtbombe hier sind auch noch eine menge items oh ja ich sehe es also ok erst mal ausrüsten stören elektronik teile was haben wir hier stoff oh ich habe zwei blaue stoffs ja es war ach das ist ja schon motten gefunden auch da auf der helse hohen hohen dann haue ich mir jetzt nochmal rein so ein bisschen raus hier jetzt raus Kannst du dir denn jetzt auch einen Filter craften? Kann sein! Wie ist das denn jetzt passiert? Ja, du hattest nur noch eine... eine Bubble. Eine Bubble? Gibt dir noch irgendwo was? Nicht? Ich hab gerade Wasser getrunken. Körpertemperaturabfall entdeckt. Gefahr, Hypothelmie gestiegen. Oh! Draußen sind Gegner. Da steht er ja! Warnung, Infektion feiert voran. Ich bin fast tot. Ich nehm das... Ah, da kann ich nicht... Oh, da draußen sind auch mehr! Am Auto draußen! Oh, Lila! Scheiße! Ich bin unten am Boden! Ich bin unten am Boden! Oh, den hab ich gemmissen! Kommst! Üb! Ach! Ich bin unten am Boden! 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 Oh, rechts von dir! Rechts von dir! Oh! Oh! Scheiße! Ich muss da... Oh! Nein! Falsche Taste! Nein! Wir müssen hier weg! Hast du es überlebt? Ja! Ich hab mir einen Matt gewählt! Ist aber fast down! Wow! Boah! Down! Ja! Guck mal grad was das ist hier! Ja! Das ist ein Schal! Da nehme ich den Schal hin! Du bist ein Undertimer! Ist auch ein Schal! Ja! Super! So! Wir müssen irgendwo rein! Die Seitengasse gehen! Aber wir müssen auch jetzt mal langsam... Guck mal ein Highlight! Ja! Wir müssen mal gucken, ob wir die Filter machen können! Warte auf der Map! Shelter? Da waren wir mal gerade! Weiter! Papier rechts können wir nochmal rein! Ja! Aufheizen! Ja! So! Ganz durch rein! Huh! Ich hab nicht mehr viel Leben ey! Hast du keine Matt-Kids? Ne! Hab keine gefunden! Na ja! Woher... Kerntemperatur ist unter den optimalen Wert gesunken! Äh... Vorsicht! Ah! Ach! Ich dachte doch was schießt du denn! Ah! Da waren wir so... Hier ist aber auch schon gelohntet! Ja! Ja! Das ist der SMK. wohin führt uns überhaupt diese faust ja da ist eine landmark das heißen sie auch achso dieser windsturm kann hier draußen auch was liegen electronics gelbe hier ist ein hideout gegenüber und kommt hier runter ja ich komme so ich werde mir jetzt erst mal ein filter kräften zwei blaue aber okay ich habe ein filter ach scheiße ich könnte hier mal irgendwo schauen was brauche ich denn dafür ach die habe ich ach scheiße mir fehlt ein werkzeug und ein erste hilfe set dann könnte ich erste hilfe dingen lernen ja aber gut so unbedingt so konntest du jetzt ein filter herstellen ich habe ein filter ja ich auch ich habe es gerade gelesen war einer schneller als wir auf jeden fall erste hilfe würde ich fast behaupten und mein virus steigt weiter und weiter an also keine pille mehr oder ich habe gar nichts mehr keine pille nichts laden ich habe keine pille nix hier ist eine kiste ja mach die mal auf ok ich habe elektronik teile ähm 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 Bombe irgendwo ja ähm hier sind auch so ähm oh nice warum gute nacht ah spiel muss ich gleich sicherer bereich oh kern temperatur ist unter dem optimalen Wert gesunken was sind wir denn hier wir bleiben wir jetzt Pianobahn hier ist ein bisschen abchohlen Aber, keine Ahnung, Schott. Mist, ey. Brauchst du essen, trinken oder irgendwas? Ne, das habe ich alles genug. Ich brauche halt wirklich etwas, was meine Infektion stoppt. Ja. Ja, müssen wir hoch, aber. Ja. Ach so, das war, wo man herkam. Ah, hier liegen aber eine Menge. Oh ja. Oh, hier ist Medizin. Ja. Was? Oh, scheiße, lag ich nicht. Oh! 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 Scheiße! Da noch was? Ich glaube, ja. Oh! 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 Wo bist du denn jetzt? Ich bin hinten rum, ich komme auch. Hä, wo bist du? Ach da. Da ist nichts mehr? Ne, ist der Gast. Da kommen wir auch nicht runter. Alles klar. Ich glaube, ich bin da mit dem Aufzug runter. Okay. So. Ja, hier war... Ach ja, hier. Der Aufzug. Mir fehlt echt so diese Musik, so tü 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 tü. Ja, die fehlt jetzt hier. So. Dann... raus. Jetzt noch mal kurz auf die Map gucken. Ja, ich muss mal irgendwas essen. Da ist noch. Da ist noch. Hm? Kerntemperaturabfall intakt. Oh, da ist noch was drin hier in den Laden. Ja, aber das ist infected. Da brauchen wir höheren Filter für. Sicher? Also der sagt... Was heißt das? Ich könnte... Wir könnten da rein. Echt? Also mein Filter hält das aus. Ja, ich wollte grad sagen. Aber nur, wie kommen wir da rein? Wo müssen wir mal eingangen? Mal Draht drüber. Mal Draht drüber. Mal Draht drüber. Na ja, ne? Hier geht... Oh. Oh. Ist noch einer abgehauen? Manage. Hier sind, äh... Painkiller. Ja? Oh ne, echt geil. Ach, scheiße. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Warte mal, ey. 34 Minuten. Da hinten ist ein Hideout. Kommen wir nämlich da... ... Passion beenden. Filter haben wir ja jetzt schon geschafft in der Folge jetzt. Ja, scheiße Mistkal. Ich brauche Feuer. Äh, tut's. Hier ist auch wieder... ... kontaminiert. Kärtemperatur liegt unter dem für normalen Stoffwechsel nötigen Wert. Scheiße. Unser Filter reicht nicht. Echt? Oh, scheiße, raus. Oh, what the fuck? Scheiße. Kannst du... Kommst du zu mir? Nee, ich kann mich nicht bewegen. Warnung. Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Hitcha. Ich weiß nicht, ob ich das schaff. Ich schaff das nicht. Oh, scheiße. Ich bin out. Nein. Oh, scheiße. Wir haben's verkackt. Wir haben's verkackt, Leute. Guckt euch das an. Da liegen wir. Verseucht. Oh. Ja, dann ist das, wenn man zu gierig ist und die Items holen will. Dann wird das nix mehr. Ja. 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 Das war's dann. Weil das man auch nicht kriechen kann. Schade. Oh. Ja, dann. Ja. Willst du abmoderieren? Jo. Nö. Jo. Nö. Ja gut, meine lieben Leute. Wenn's euch gefallen hat, das liken nicht vergessen. Und wir sagen tschüss. Und bis zur nächsten Folge. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt's auch mal in die Kommentare. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Jo. Nächstes Mal dann. Dark Zone halt. Tschüss. 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 Vielen Dank.